Achtung, er kommt. Parole Emil. Okay, habe ich verstanden. Parole Emil. Los, komm! Liebe Gemeinde, im Evangelium nach Markus, Kapitel 10, Vers 25, spricht Jesus zu seinen Jüngern. Aber ich sage euch, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. In Anlehnung an Jesus' Worte möchte ich heute über ein Thema sprechen, was mir besonders am Herzen liegt. Heute erzähle ich über Gerechtigkeit. Schon wie jeder über Gerechtigkeit. Los, komm schnell! Bereit euch! Ja, ich spreche heute über Gerechtigkeit. Über Kinder. Ja, über Kinder. Denn diese Welt ist ungerecht für Kinder. Denn sie wird nur von Erwachsenen gemacht. Das ist doch gar nicht meine Predigt. Das ist doch gar nicht, okay. Das ist doch gar nicht meinetwegen. ites sí, booth geht.